Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4 und Diablo ist jetzt schon ein paar Monate raus und die Frage ist, welche Quality of Life Änderungen müssten eigentlich in Diablo 4 aktuell noch zwingend rein, worüber vielleicht niemand spricht und was auch bei Blizzard nicht auf der Agenda ist. Deswegen habe ich euch auch gefragt, welche Quality of Life Änderungen ihr euch denn wünschen würdet und da hattet ihr eine Menge, die sich auch mit meinen übereinstimmen. Ich glaube für viele ist die Hölflut aktuell gerade für die Duril Runs noch ein riesen Thema und was mich immer nervt und ich wette das geht euch auch so, ist dass überall auf dem Feld, auf dem Bildschirm Glut verteilt ist und ich jetzt überall einzeln hinlaufen muss, um die einzusammeln. Das ist wirklich sehr nervig und da wünschen sich die meisten und ich vor allen Dingen, also von mir ganz oben auf der Liste, was ich mir am meisten wünsche ist, dass solche Dinge automatisch eingesammelt werden. Ich entweder einen Sammelradius habe, den ich erweitern kann durch Items, Aspekte, Afixe, Level, Paragon Board, irgendwas, Sammelradius. Oder halt ein Pad, was rumläuft und für mich die Sachen einsammelt, so wie es auch in Diablo 3 der Fall war. Ihr erinnert euch, dort gab es auch immer ein Pad, das es rumgelaufen hat, für mich Gold eingesammelt, das war eigentlich ganz schön. Und hier wäre es gerade in der Höllenflut, da fällt es einem am meisten auf, wäre es schön, wenn solche Dinge einfach automatisch eingesammelt werden oder vielleicht sogar direkt ins, also direkt, also ohne dass überhaupt irgendjemand das einsammeln muss, das einfach einem gut geschrieben wird. Ich glaube, das würde nicht passieren, aber ein Pad, was rumläuft und alles einsammelt, ich glaube, da würden sich sehr viele freuen. Eine Sache, die gerade auf der Konsole und am PC auch mit einem Controller nervig ist, ist, dass man nicht richtig steuern kann, welches Item man mal einsammeln will. Ihr kennt das, da liegt ein Unique oder da liegt eine Scherbe bei Warschan und ihr könnt nicht das bestimmte Item nehmen, was ihr wollt. Und wieso kann ich nicht mit dem rechten Stick hoch und runter und die Sachen auswählen oder mit dem Touchpad wie eine Maus quasi hoch und runter fahren und die Sachen dann einzeln. Ich muss mich irgendwie komisch positionieren, um dann das Richtige einsammeln zu können. Also wirklich, das ist auch eine ganz schreckliche Sache, das wäre ganz cool. Damit einhergehend, wieso gibt es keinen Lootfilter? Wieso kann ich nicht sagen, alles was gelb ist, will ich nicht einsammeln, will ich nicht angezeigt bekommen? Wieso kann ich nicht einstellen, dass Uniques einfach automatisch eingesammelt werden? Das heißt, ich laufe drüber und wenn da ein Unique zwischen ist, dann wird das automatisch eingesammelt. Das ist aktuell so gelöst, dass wenn hier Uniques und legendäre Items liegen, dass die zur Box transferiert werden. Da haben wir aber nur 10 Plätze frei. Das heißt, wenn ihr mal eine ganze Höllenflut macht und nichts einsammelt oder irgendwas nicht seht, was ihr einsammeln könnt, wird das in die Box transferiert. Besser wäre natürlich, wenn Unique einfach automatisch eingesammelt wird und ihr das in eurem Inventar habt. Ich will gar nicht wissen, es gibt da bestimmt eine Statistik, die würde mich sehr interessieren, wie viele Uniques und vielleicht sogar Uber-Uniques bei Duril oder auch schon davor nicht eingesammelt wurden und auch nicht in die Kiste transferiert wurden, weil die Kiste voll war. Diese Statistik würde mich mal brennend interessieren. Eine Sache, die ich auch schon in meinem Glutvideo angesprochen habe, ist die Monsterdichte in der Höllenflut. Wir sind alle gerade mit der Bluternte in Season 2, wenn alle, die das in der Zukunft sehen, Leute, es gab bei uns in Season 2 eine Bluternte mit einer Mega-Monsterdichte und die wünschen wir uns in der Höllenflut. Und vielleicht ist es auch mittlerweile schon soweit, aber aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist die Monsterdichte in der Höllenflut einfach viel, viel, viel zu gering. Man kann mit dem einen oder anderen Trick die Monsterdichte ein wenig erhöhen, indem man zum Beispiel Crossplay ausmacht, dann hat man weniger den Fall, dass andere Leute rumlaufen und euch die Gegner wegnehmen. Aber die Monsterdichte ist einfach viel zu gering, gerade in der Höllenflut, da fällt es am meisten auf, weil hier braucht man natürlich viele Gegner, um viel Glut zu bekommen. Und das wäre sehr gut, wenn das Blizzard erhöhen würde. Eine Sache, die ich mir eigentlich schon seit Release des Games wünsche, ist ein Knopf mit der Möglichkeit, alles auf einmal zu verkaufen. Das heißt, ich halte hier vielleicht Vierecke drückt und kann dann alles in meinem Inventar automatisch verkaufen. Ja, ich weiß, man kann alles auf Ramsch machen und dann verkaufen. Das ist aber kein Unterschied, ob ich alle einzeln auf Ramsch mache oder alle einzeln verkaufe. Das Problem bleibt, ich muss jedes einzelne Item anklicken, um alles einzeln zu verkaufen. Dasselbe gilt natürlich auch mit Abstrichen bei dem Schmied, um die zu verwerten, die Items dort. Kann man auch wieder entweder sagen, den gesamten Ramsch, gewöhnlich mag ich selten alle Gegenstände. Aber alle Gegenstände sind halt nicht alle Gegenstände, sondern alles, was halt nicht legendär ist und nicht unique ist. Da fehlt halt immer noch auch ein Butt zu sagen, ich will einfach das komplette Inventar wegwipen und weg soll es sein, ohne dass ich jedes Item einzeln anklicken muss. Eine Sache, die sich auch sehr viele wünschen, unter anderem auch ich, ist Weltstufe 5. Es wird langsam Zeit, ich hoffe, mit Season 3, dass Weltstufe 5 reinkommt. Aber spätestens mit Season 4, dass Weltstufe 5 reinkommt. Wenn die wirklich warten, bis der DLC draußen ist, bis Ende nächsten Jahres, das ist zu lang. Wir brauchen unbedingt Weltstufe 5 und ein höheres maximales Level, weil, das haben auch einige geschrieben, das maximale Level ist Pain. Und das hatte ich auch schon vor Monaten gesagt und die Meinung hat sich auch nicht geändert. Wenn ein Charakter auf Level 100 ist und man alles gemacht hat, das Paragon Board ist voll, ihr könnt nicht mehr leveln, dann fehlt einem ein wenig der Antrieb, diesen Level 100er Charakter noch zu spielen. Ich weiß, vielen oder einigen geht es so, so geht es mir auch teilweise, man möchte den Bild noch verbessern. Aber nicht alle wollen auf das Maximum im Bild rauskommen, sondern wollen einfach leveln. Es ist einfach satisfying zu leveln, zu leveln, zu leveln. Klar, ein bisschen höhere Schaden zahlen und nochmal ein anderes Bild ausprobieren, worauf ich gleich auch noch komme, ist eine coole Sache. Aber dieses unendliche Leveln, das hat für mich zumindest immer den Charme von Diablo ausgemacht und das fehlt mir hier schon ein wenig. Ich hatte da schon mal ein paar coole Ideen zu angebracht. Wie wäre es, wenn es ein Clan Feature gäbe, wo Level 100er den Clan leveln können, wo man ganz, ganz kleine, minimale Zusatz Buffs bekommt. Und ähnlich wie, der ein oder andere kennt es vielleicht, bei Clash of Clans ist ein Mobile Game, wo man ein Clan leveln kann. Und mit jedem Clan Level gibt es so einen ganz kleinen Buff und da macht es dann auch Sinn, sich einen Clan rauszusuchen, wie Team Diablo, wo wir übrigens aktuell wieder 6 Plätze frei haben. Wer zuerst, kommt mal zuerst. Da einfach bis Level 20, sag ich mal. Und nur die Level 100er können Erfahrung sammeln dadurch. Und es dauert ultra lange, sagen wir, ein Level vom Clan ist einmal einen kompletten Charakter von Level 0 auf Level 100 zu bringen. So, dass es richtig, richtig, richtig lang dauert. Aber man mit 150 Leuten, wenn alle aktiv sind, das richtig gut managen kann und es dafür dann ein 0,5% Boost an mehr Gold gibt. Oder ein 1% Boost an mehr Erfahrung. So diese ganz kleinen Adjustments. Oder 1% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Oder Sammelradius. Also, das wäre eine coole Idee, um Level 100er Charakter noch mehr Antrieb zu geben, das Game weiterzuspielen, finde ich. Ich hatte gerade schon angesprochen, wegen den verschiedenen Builds, viele wünschen sich eine Rüstkammer. Was ich teilweise nachvollziehen kann. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon die Möglichkeit, das Pararaumbord mit einem Knopfdruck komplett zurückzusetzen. Es wurde günstiger. Alles wurde schon ein wenig besser gemacht, im Gegensatz zum Release. Aber viele wünschen sich einfach eine Rüstkammer, ähnlich wie hier. Dass man sagen kann, ey, ich will heute anstatt Bild A den Wirbelwind barbaren, will ich heute den Hammer der Uhr an Bild spielen. Bitte macht das Pararaumbord genau so, wie ich es da gebaut habe. Und die Items holt ihr euch aus der Box oder die lagert ihr hier sowieso. Oder er zieht sie allgemein einfach aus der Box raus, so viel wie er kann. Das wäre eine coole Quality of Life Änderung, die viele bestimmt freuen würde. Eine Änderung, die ich mir gewünscht habe und die jetzt auch schon ins Game implementiert wurde, beziehungsweise was im Dezember dazu kommt, ist ein Event. Und zwar ein Event je nach Jahreszeit. Wir kriegen diesen Winter ein Weihnachtsevent. Das wird hier auf diesem Platz hier stattfinden. Ihr erinnert euch, Season 1 war hier der boshafte Händler oder wie der Typ hieß. Mit den boshaften Herzen. Und diesen Winter zu Weihnachten wird es hier ein Weihnachtsevent geben. Finde ich ganz cool. Halloween gab es leider nichts, aber sagen wir mal, Ostern kommt vielleicht was. Vielleicht sowas wie Valentinstag, warum nicht. Und dann in verschiedenen Städten ein kleines Event zwischen den Seasons. Finde ich ganz cool. Muss auch nicht viel Inhalt haben. Einfach mal so einen kleinen frischen Wind. Ein bisschen was anderes zu sehen. Ein bisschen Änderungen an den Skins, an den Leuten und so. Finde ich echt eine coole Änderung. Und hoffe ich, dass es das auch noch mehr gibt. Auch in Season 3 und auch in der Zukunft. Wenn euch noch wichtige und coole Quality of Life Änderungen einfallen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin da immer sehr, sehr gespannt. Weil manchmal habt ihr echt coole Ideen, die ich mir dann auch wünsche. Und wo ich dann auch ein bisschen traurig bin, dass wir die nicht haben. Deswegen schreibt es unten auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Wie immer freue ich mich natürlich über ein Follower auf den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und über ein Like auf dem Video. Und falls ihr diesen Jägerbild hier nachbauen wollt, ich verlinke euch den einmal dort. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Bild. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.